Herzlich Willkommen zu einer neuen DeliDAX US Morning Ausgabe am Donnerstag, dem 15. September 2022. In dieser Woche hat es ja zwischenzeitlich einmal richtig geknallt, muss man sagen. Aufgrund der veröffentlichten Wirtschaftsdaten rund um das Thema Inflation sackte die Wall Street wieder richtig nach unten ab. Und die Kurserholung der vergangenen Handelstage wurde mit nur einem Handelstag vollständig zerstört. Jetzt gestern sah man ja leider nicht so wirklich eine Gegenbewegung. Das heißt, die Kraft der Bullen ist nicht so richtig vorhanden, muss man sagen. Und genau das ist ein wenig das Problem mit Hinblick, sollten die Bullen jetzt so weitermachen. Denn dann dürften sich eben weitere Bären breit machen und damit auch wichtige Kursunterstützungen in den derzeitigen Indizes unterschreiten. Denn auch beim Dow Jones Index sehen wir, dass der Index noch auf dem letzten Konsolidierungstief ein wenig verharrt. Auch gestern noch darüber geschlossen hat. Aber das gestrige Kurs Plus von 0,1% ist wahrhaftig nicht wirklich viel an Gegenwehr der Bullen. Ein ähnliches Bild gestaltet sich an der Technologiebörse Nasdaq auch hier. Jedoch noch ein bisschen mehr Puffer wenigstens. Denn das letzte Tief notiert bei 11.928 Punkt. Das heißt, 200 Punkte Puffer haben wir derzeit. Da sahen wir zumindest gestern ein Kurs Plus von 0,84%. Das ist schon ein wenig besser. Aber da muss natürlich mehr folgen. Und das letzte Tief muss halten, um eben eine erneute Aufwärtsbewegung der Bullen möglich zu machen. Und vor allem nicht ohne diese Bewegung wird es der Fall sein, dass wir direkt auf neue Tiefs zusteuern werden. Neue Tiefs, das richtige Stichwort bei Meta-Plattforms. Ex-Facebook, ja. Wer glaubt, dass eine Aktie, auch ein großes Tech-Unternehmen, zugehörig zu den Fangaktien, nicht immer weiter fallen kann, dem dürfte dieser Chart die Realität aufzeigen. Wir sehen, dass Meta nämlich inzwischen von rund 385 US-Dollar auf rund 150 US-Dollar korrigiert hat. Damit eine brachiale Kurskorrektur hinter sich hat. Und jetzt sehen wir dieser Aufwärtstrend. Er ist noch ein wenig umkämpft, aber er droht auch schon unterboten zu werden. Und damit könnte sogar die nächste Unterstützung bei ca. 137 US-Dollar ein mögliches Ziel für die Aktie in den kommenden Wochen sein. Also noch leider immer noch keine Entwarnung rund um die Chart-Technische Situation um Meta-Plattforms. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag und bis zur nächsten Ausgabe. Und vermutlich auch dann mit der neuen Trading Idee der Woche.